Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Hohelied 2, Vers 16 Dieser kurze Vers drückt eine der tiefsten Wahrheiten dieses Lebens aus. Es spricht von der Liebe und der Kraft der Liebe. Die aus zwei unterschiedlichen Personen eins macht. Und das geschieht durch die Kraft der Liebe in der Hingabe aneinander. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Wir haben das schon oft betrachtet und wir werden es heute nochmal betrachten, weil es Gott so wichtig ist. Und weil es etwas ist, was uns als Menschen so schwer zugänglich ist. Wir haben eine riesengroße Sehnsucht danach, nach dem, was Gottes Wort uns hier vor Augen führt. Nach dem, was uns die Liebe verspricht. Und gleichzeitig ist die Kraft in uns, die dem entgegensteht, so stark, dass wir es nie erfahren in dieser Weise, in diesem Leben. So sehr wir uns auch danach ausstrecken, so sehr wir uns danach sehnen. Die Liebe in ihrer Erfüllung, so wie sie uns Gottes Wort vor Augen führt, werden wir auf unsere menschliche Art und Weise nie erlangen. Und dennoch ist es das große Ziel Gottes mit uns Menschen. Lass uns da zurückgehen und bei dem anfangen, worum es erst einmal buchstäblich geht, nämlich um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Erste Mose 2. Und die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ist eben nicht losgelöst von Gott, von dem Schöpfergott. Es ist nicht etwas Irdisches, was du irdisch betrachten kannst, sondern Gottes Wort zeigt uns auf. Wir als Kinder Gottes wissen und verstehen, dass, was die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau betrifft, ist nicht etwas, was losgelöst ist von Gott. Im Gegenteil, es ist von Gott geschaffen. Den Ursprung hat es am Anfang in der Schöpfung, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und wie soll ein Gott, von dem wir vorhin gehört haben, wo Jesus betet, ich in dir, Vater, und du in mir. Wir sind eins in der Liebe. Wie kann ein Gott, der der eine Gott ist und dennoch in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie kann dieser Gott, der die Liebe ist, dadurch, dass die Liebe sozusagen das eine zusammenfassende Kriterium ihres Charakters ist, das, was sie eins macht, was sie eins sein lässt, ist die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sie eint. Jesus hat das so schön ausgedrückt in Johannes. Wie kann dieser Gott, wenn er sagt, wir wollen ein Wesen schaffen, das uns ähnlich ist, nicht auch Wesen schaffen, die genau das dazu qualifiziert sind, dazu ausgerüstet und befähigt sind, nämlich das zu leben, diese Einheit in Liebe. Und deswegen sagt Gott, als er den Adam geschaffen hat, in Kapitel 2, Vers 18, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass Adam allein ist. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht den einen oder anderen hier, der sagt, doch, es ist gut, dass ich alleine bin. Ich wäre am liebsten alleine. Es gibt etwas in uns, in jedem von uns, das so denkt. Wenn ich alleine bin, dann kann mir nämlich niemand reinreden. Dann bestimme ich, wo es lang geht. Das ist doch das Problem mit den anderen immer. Sie reden einen immer rein. Wir machen das alles immer kompliziert. Wenn ich alleine wäre, dann wäre es nicht so kompliziert. Ich weiß nicht, wem von euch das so geht. Die haben so ihre anderen Gedanken, ihre anderen Vorstellungen. Ich könnte schon ganz gut mit mir klarkommen, wenn nicht die anderen wären. Aber Gott sagt, nein, es ist nicht gut, junge, Mädel, dass du alleine bist. Du fühlst dich vielleicht besser. Wir sagen, wir denken immer, wenn hier sagt, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann, der Mensch allein ist, dann denken wir immer, oh, der arme Adam, der saß da im Garten Eden und war so verzweifelt und einsam. Ja, und das gibt es doch, diese Sehnsucht nach dem anderen, dieses Verloren und Verlassensein und sich wünschen, dass man noch jemanden an der Seite hat, dass man nicht alleine ist. Aber ich weiß gar nicht, ob Adam das so empfunden hat. Hier geht es so wenig, wisst ihr, in der Schrift geht es oft so wenig um Gefühle. Bei uns geht es oft so stark um unser Empfinden und unsere Gefühle. Wisst ihr, Gott hat das, glaube ich, von einer ganz anderen Warte her beurteilt. Er hat nicht gedacht, ach, der arme Kerl, der fühlt sich so alleine. Ich will ihm einen Gefährten machen, dass er sich nicht so alleine fühlt. Nein, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es tut ihm nicht gut. Es ist keine gute Einrichtung. Und zuallererst im Hinblick darauf, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, sodass er ihn widerspiegelt. Und Gott ist eben nicht ein Tyrann, ein Alleinherrscher, der sich auf seinen Thron setzt und sagt, nach mir die Sinnflut, ich mache, was ich will. Nein, er ist drei in eins, verbunden. In einer wunderbaren Harmonie, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Einer ordnet sich dem anderen unter. Einer ist darauf bedacht, dass der andere erhoben wird. In Liebe. Eins. So soll es auch bei den Menschen sein. Und da kann ich nicht einen einzelnen Adam gebrauchen. Sondern da braucht es noch jemand anders dazu. Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich will keinen Diktator. Ich will keinen Tyrann. Ich will einen Menschen, der liebt und geliebt wird. Der in der Liebe lebt. Verbunden mit einem anderen Menschen. Zusammen. Es ist nicht gut, dass der Mensch, dass Adam allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Er braucht Hilfe. Er schafft es nicht alleine. Und ja, wenn wir uns vorstellen, es gibt so viel zu tun. Es gibt so große Herausforderungen im Leben. Ja, da braucht man Hilfe. Wer meint, dass er alleine zurechtkommt, der ist beschränkt. Es tut mir leid, wenn ich das mal so sage. Wir brauchen Hilfe. Wenn du so eine Lebenshaltung hast, ja, ich helfe gerne anderen, aber ich lasse mir nicht helfen. Dann sage ich dir, das ist keine göttliche Haltung, und keine Haltung, die ein Kind Gottes haben sollte. Gott ist es, der spricht. Der spricht über dein Leben, über mein Leben. Jörg, du brauchst eine Hilfe. Wer bin ich dann, zu sagen, Gott, nein, ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe schon alles alleine. Das sind doch die kleinen Kinder, die sagen, alleine, ich mache alles alleine. Die keine Ahnung vom Leben haben. und deswegen lässt Gott das zu, uns Erwachsene zu demütigen, die wir meinen, dass wir alles können, alles alleine können, dass wir alles alleine drauf haben, dass wir keine Hilfe brauchen. Er demütigt uns, lässt uns alt und krank und schwach werden, dass wir alle irgendwann Hilfe brauchen und erkennen müssen, nee, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche Hilfe. Ich muss auch Hilfe annehmen. Ohne das geht es nicht. Ja, es ist eine Demütigung. Du schaffst es nicht alleine. Aber was für ein Segen, wenn du es einfach annehmen kannst, im Glauben, im Vertrauen. Ja, Vater, du hast recht. Das ist richtig. Und danke, dass du dafür sorgst. Wisst ihr, es ist doch schön. Gott versorgt uns doch auch mit Hilfe. Er versorgt doch diesen Adam auch mit Hilfe. Er sagt nicht, was bist du für ein bescheuerter Kerl, dass du es nicht alleine drauf kriegst. Gib dir mal ein bisschen Mühe, streng dich mal ein bisschen an. Das ist echt beschränkt. Nein, Gott sieht sein geliebtes Kind, seinen geschaffenen Menschen und sagt, das ist nicht gut, dass er alleine ist. Er braucht eine Hilfe. Ich will ihm eine Hilfe machen. Gott macht das. Gott. hilft dir. Nicht so, wie du das vielleicht willst. Du sagst vielleicht, ja, hilf mir, dass ich perfekt bin. Hilf er, dass ich es alleine schaffe. Hilf er, dass ich keine Hilfe brauche. So wird es nichts. Gott hat seine eigene Idee, wie er dir hilft, wie er mir hilft. durch einen anderen Menschen. Du kannst es nicht alleine. Gott will es auch nicht. Von Anfang an wollte er es nicht, dass wir alleine sind. ich will ihm meine Hilfe machen, die ihm entspricht oder als sein Gegenüber, seine Entsprechung. Wir machen das immer im Ehevorbereitungskurs. Das hat zwei Bedeutungen. Das eine ist so diese Gleichheit, diese Gemeinsamkeit. Sind ja beides Menschen. Aus demselben, aus demselben Stoff gemacht. und ja, wenn zwei Menschen, die sich lieben, einander in die Augen schauen, dann sehen sie den anderen und sie sehen so viel von sich selbst da drin und freuen sich daran, an dieser Gemeinsamkeit. Wir haben die gleichen Interessen. Wir freuen uns über das Gleiche. Wir weinen über das Gleiche. Wir haben Spaß an dem Gleichen. Wir arbeiten zusammen an dem Gleichen und kämpfen gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit ist was Schönes. Aber wisst ihr, das bedeutet auch Ergänzung. Es ist wie zwei Puzzleteile, die eben nicht gleich sind, sonst passen sie nicht zusammen. Sonst bilden sie keine neue größere Einheit, sondern sie sind gerade auch verschieden. Und auch das ist was Wunderbares. Wenn du da, wo du nicht weiterkommst, wo deine Fähigkeiten beschränkt sind, der andere einspringen kann und dir das abnehmen kann, was du selbst nicht hinkriegst. Wie wunderbar ist das? Von Gott wunderbar und gut eingerichtet, dass genau diese beiden Dinge, die vielleicht widersprüchlich sind, genau das findet er. Indem er Eva erschafft, schafft er für Adam genau diese Hilfe, dieses Gegenüber, was beides hat. Einerseits ist sie wie er. Er sagt das dann auch. Er ist dann begeistert. Als sie dann zu ihm kommt, sagt er, die ist ja wie ich. Wunderbar. Klasse. So, ne? Aber sie ist auch anders. Und auch das ist gut. Von Gott gut eingerichtet. Es passt wunderbar zusammen. In der Gemeinschaft, in der Gemeinsamkeit und in der Unterschiedlichkeit. Und dann steht hier weiter unten, dass Gott, in Vers 21, ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stille mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen, von Adam genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu den Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das versucht im Deutschen, das so ein bisschen wiederzugeben, dass es im Hebräischen sehr ähnlich klingt. Das Wort für Frau, Isha, und das Wort für Mann, Isch. Und dann sagt Gott, in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und dieser Vers, der ist so zentral, so wichtig, dass Jesus ihn zitiert, wenn er über die Ehe lehrt, über Mann und Frau. Er ist so wichtig, dass Paulus ihn auch mehrmals erwähnt, in seinen Briefen, um zu lehren, auch über die Ehe. Und er spricht aber auch davon, dass dieser Vers ein großes Geheimnis beinhaltet. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Es ist ein großes Geheimnis. Zwei, die zusammengefügt werden und eins sind. das ist ein großes Geheimnis. Und Jesus sagt es, es ist Gott, der das zusammenfügt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht auseinanderreißen. Die Ehe, wie Gott sie am Anfang geschaffen hat, als die Einheit von zwei verschiedenen Dingen, die in Liebe vereint sind, das ist das Grundprinzip von Gottes Schöpfung. Und wir werden heute auch noch sehen, dass es eben nicht nur bezogen ist auf die Ehe. Nicht, dass alle denken, die hier unverheiratet sind, was erzählt er hier die ganze Zeit, hat mit mir nichts zu tun. Doch, das hat mit uns allen was zu tun. Wenn wir jetzt in, wir springen mal in das Neue Testament, in 1. Korinther 7. Wenn die zwei, die Gott zusammenfügt, eins sind, was bedeutet das eigentlich? In 1. Korinther 7, Vers 3 lehrt Paulus über die Ehe. Und hier der Kontext ist sehr stark bezogen auf der Dienst aneinander in der Hingabe, in der Liebe, auch in der körperlichen Liebe. In Vers 3 steht, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Es ist ein ganz wichtiger Vers, vor allen Dingen die zweite Hälfte, weil die erste Hälfte die kannten und kennen Frauen zur Genüge über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Dass Männer ein Eigentumsrecht an ihrer Frau geltend machen. Die Frau, die ich gerade, das ist mein Eigentum und so haben Männer auch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende auch Frauen behandelt bis heute hin. Wie ein Gegenstand. Das Konzept Gottes aber ist ganz anders. Es besteht nämlich darin, dass die Liebenden, die in Liebe vereint sind, von Gott zusammengefügt sind, dass sie sich nicht mehr selbst gehören. Beide. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre Süster. Und Süster gehört mir. Mein Geliebter. ist mein und ich bin sein. Was für ein krasses Konzept. Und in uns sträubt sich alles. In uns begehrt alles auf. Das kann doch nicht gut gehen. Ich kann mich doch nicht einem anderen Menschen zu eigen machen. Was passiert? Ich werde doch ausgenutzt. Der benutzt mich dann doch nur. Aber wie ist es, wenn das gegenseitig ist? Dann ist die Botschaft immer an mich gerichtet. Nicht okay, was will ich von dem anderen, geben. Sondern was kann ich dem anderen geben? Was kann ich für den anderen sein? So wie die Liebe von Gott gedacht ist, einer ordne sich dem anderen unter in der Furcht Christi. Epheser 5. Die Frau habe Achtung, Respekt vor ihrem Mann. Der Mann gebe sich hin in der Liebe, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sei bereit, sein eigenes Leben für sie zu geben. Und dahin führt Gott uns dann in der Lehre dann auch im Epheserbrief zu sehen, okay, das hat noch mehr uns zu sagen als nur die Frage, wie wir als Ehepaare zusammenleben, wie die Ehe funktionieren soll in Gottes Augen. Es geht aber in der Liebe tatsächlich um diesen Eheboden und eigentlich praktizieren wir das auch so in unserer Gesellschaft. Da kommen wir nach, das wird ja auch immer wieder schön zelebriert, auch im Fernsehen, in Filmen und so weiter, dann siehst du dieses Paar und dann werden sie gefragt, willst du diesem Mann oder dieser Frau treu sein, sie lieben, sie ehren und achten, bis der Tod euch scheidet? Sage ja. mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und das ist der Ehebund, der geschlossen wird, dieser Bund in der Liebe und wisst ihr, was das bedeutet? Ich werde bei der Hochzeit gefragt, ob ich sie lieben will. Ich werde nicht gefragt, ob ich sie lieben will, wenn sie das und das tut. sondern ich werde gefragt, willst du das? Willst du dich ihr geben? Willst du ihr Mann sein? Und so für sie da sein? Sie so lieben? Willst du das? Und das ist meine Antwort. Ja, ich will das tun. Unabhängig davon, was sie sagt, was sie tun wird. Ich bin dazu bereit. Ich gebe mich in diesen Bund hinein. Ja, ich will. Und sie tut es genauso. Es ist dieser Bund der gegenseitigen Hingabe. Ich gebe mich und mit allem, was ich bin und habe, gebe ich mich dir zu eigen. Ich will deine Frau sein. Ich will dein Mann sein. und so kann die Frau sagen, mein Geliebter ist mein. Niemand anders hat ihn. Er ist mein. Ich teile ihn mit niemandem. Er ist für mich da. Er ist von Gott mir gegeben. Aber dabei bleibt es nicht. und ich bin sein. Gott hat mich ihm gegeben, für ihn da zu sein. Ihn zu lieben. Ihn zu segnen. Wisst ihr, das ist die Liebe, die Gott am Anfang geschaffen hat. Für die Gott uns geschaffen hat am Anfang. Und so soll es auch heute noch sein. So lehrt uns das Neue Testament auch in den Ehen, die wir führen. So soll es in den Ehen bei uns sein. Und wir sagen, nein, wir können es nicht. Warum? Weil die Sünde dazwischen gekommen ist und alles kaputt gemacht hat. Die eben nicht mehr dazu fähig ist, sich hinzugeben. Wisst ihr, das Zeichen dafür war im Garten Eden, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Die hatten keine Angst voreinander. Die hatten keine schlechten Gedanken übereinander. Da war nichts. Da war der Geist des Herrn, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da war Liebe, Freiheit, Freude im Heiligen Geist. Wisst ihr, und das ist auch so dieses Paradoxon, dieses total sich dem anderen hingeben ist eine totale Freiheit. Diese einzigartige exklusive Bindung befreit. Aber dann kamen die Sünde dazwischen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich Ländenschurze angefertigt, aus Feigenblättern irgendwie notdürftig, ihre Scham bedeckt. Vor wem eigentlich? Zuerst voreinander. Die Sünde ist dazwischen gekommen. Und macht es uns so schwer, dieses wunderbare Geschenk, was Gott am Anfang geschaffen hat, die Liebe zu leben, zu genießen, ein Leben lang. Es wird immer wieder kaputt gemacht durch die Sünde. Immer wieder. so sodass Menschen gar nicht mehr fähig sind, gar nicht mehr bereit sind, überhaupt in diesen Bund einzutreten, sich auf diese Liebe einzulassen, weil sie kein Vertrauen mehr dazu haben. Ich werde ja sowieso enttäuscht oder ich werde sowieso versagen. Aber nichts weniger will Gott, um nichts weniger geht es in der Liebe, um diese vollständige, hundertprozentige Hingabe an den anderen, wo ich selbst Eigentum eines anderen werde und gleichzeitig dabei so beschenkt werde, weil mir der andere zum Eigentum geschenkt wird. Jetzt schauen wir mal hier in 1. Korinther 7 Vers 5 habe ich noch vergessen. Da steht entzieht euch einander nicht. Da steht wortwörtlich beraubt einander nicht. Wenn ich verheiratet bin und sozusagen etwas von meinem Leben dem anderen vorenthalte, beraube ich ihn. Krasser Gedanke, oder? Wir sagen immer, das ist mein Leben. Ich habe darüber zu bestimmen. Nein. Du Mann, deine Frau hat darüber zu bestimmen. Bist du bereit, dich ganz ihr unterzuordnen und sie bestimmen zu lassen über dein Leben? Ja, wir predigen das auch gerne andersrum, klar. Und wir Männer hören das ja auch gerne. Wenn ich dann sage, ihr Frauen, seid ihr bereit, euch euren Männern ganz unterzuordnen und ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein? Aber wisst ihr, hier steht nichts anderes, als dass es auch andersrum der Fall ist. auch wir Männer müssen genauso unsere eigenen Vorstellungen vom Leben hinten anstellen, um für unsere Frauen da zu sein. Es ist kein, hier ist der Herr und der Chef und da ist der Diener, weder Mann Frau noch Frau Mann. Nein, und es ist auch nicht, ja, wir sind Partner, wir sind gleichberechtigt, 50-50, so, weißt du, das ist es auch nicht. Nein, es ist beides, wir beide sind Diener einander. Schon crazy irgendwie, ne? Wie soll das funktionieren? Nur mit Gottes Hilfe, und wie gesagt, hier steht Vers 5 Entsidur, beraubt euch nicht, also diese klaren Gedanken, ich gehöre gar nicht mir, mein Leben gehört nicht mir, wenn du verheiratet bist, wie gesagt, alle sind im Vorteil, die hier Single sind, die sind Herr ihres eigenen Lebens, können machen, was sie wollen, sie müssen sich niemanden fügen, so ist es nicht, natürlich nicht, denn wir haben alle einen Herrn im Himmel, oder? Dann steht hier in Vers 6, dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, jedoch hat jeder seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Was meint Paulus hier? Er sagt, Leute, ihr müsst nicht heiraten, keiner ist dazu gezwungen, du darfst und kannst auch alleine leben, so wie ich, sagt Paulus. Dann sagt er aber dazu, dass es eine Gnadengabe ist, eine Gabe des Heiligen Geistes allein leben zu können. Was mir aber wichtig ist, diejenigen, die diese Gnadengabe haben, nicht heiraten zu müssen, die sind nicht zum Single-Sein berufen. Vielmehr zeigt uns das Neue Testament, dass die Kinder Gottes, egal ob verheiratet oder nicht, in einer höheren Einheit in Liebe verbunden sind, mit, zuallererst mit Christus. Wenn du nicht verheiratet bist, bist du kein Single. Denn du bist in der Liebe verbunden mit Christus. Das sagt Paulus direkt davor in Kapitel 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das bezieht sich auf dieselbe Stelle am Anfang 2. Mose wie auch die anderen Stellen. Du hängst dem Herrn an, du einzelner Mensch, du Frau, du Mann, der du unverheiratet bist oder auch der du verheiratet bist und bist ein Geist mit deinem Herrn. So erfüllt sich dieses Wort am Anfang, die Schöpfung, mit der Gott, wie Gott alles eingerichtet hat, nämlich, dass wir Menschen geschaffen sind zur Liebe, zur Liebesgemeinschaft, zu einer höheren Einheit in Liebe mit jemand anderes, sind wir alle geschaffen. Es erfüllt sich in Wahrheit in Christus. Nicht die Ehe ist das höchste Ziel des Lebens, sondern die Einheit mit Christus im Geist. Deine ganz persönliche Einheit mit Christus, das ist das Ziel, wozu Gott uns geschaffen hat. Eins zu sein in Liebe mit Christus und genauso wie in der Ehe ist es auch in unserer Einheit ganz persönlichen Einheit mit Christus. Jesus sagt ich bin dein und du bist mein. Was bedeutet das? Dass Christus er hat damit angefangen er ist den Schritt vorangegangen als der Mann er ist vorangegangen und hat gesagt hier bin ich ich bin für dich da. Er ist in die Welt hineingekommen als Mensch um für uns Menschen da zu sein für einzelne Menschen mit ihren Nöten mit ihren Sorgen um für sie zu sorgen um ihnen zu helfen um ihnen Heilung Rettung Segen zu bringen Liebe zu zeigen ganz praktisch durch Wort und Tat aber dann in in der höchsten Art und Weise das ist die höchste Liebe wenn einer für seine Freunde stirbt er gibt sein Leben ganz für dich sagt hier ich schenke mich dir das ist das was wir heute feiern wollen jedes Abend guck mal mein Leib für dich ganz persönlich gebrochen mein Blut für dich ganz persönlich vergossen mein Bund schließe ich mit dir ganz persönlich als Einzelnen um mit dir eins zu werden im Geist ein Geist mit dir du bist nicht mehr Single wenn du Christus als deinen Geliebten als deinen Herrn angenommen hast du bist nicht mehr alleine und du hast einen Herrn denn das ist er er ist nicht nur dein Helfer dein Retter das heißt dass du der Herr bist im Grunde und Jesus dein Diener in Wirklichkeit ist es andersrum er ist der Herr und ich bin sein Diener er wisst ihr Jesus ist eben nicht der Herr der auf seinem Thron sitzt und sich bedienen lässt das hat er doch gesagt ich bin nicht gekommen um bedient zu werden sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben beim Arm er kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße er sagt guck mal ich bin der Herr aber ich diene euch so soll es auch unter euch sein unsere Liebesgemeinschaft mit dem Herrn er ist der Herr und dennoch mein Diener und ich bin dadurch ja wie ein Herr aber in Wirklichkeit bin ich sein Diener und so ordnet sich einer dem anderen unter Christus mein König und ich sein Diener wir haben eine Liebesgemeinschaft miteinander hast du so eine Liebesgemeinschaft mit Jesus schon diese Liebesgemeinschaft geht so weit dass Jesus sagt im Heiligen Geist komme ich in dich rein das wird dann schon richtig schwierig gedanklich aber Geschwister wirklich das hat was damit zu tun Gott hat das so am Anfang geschaffen Mann und Frau sie werden eins der Mann kommt in die Frau hinein aber noch in höherem Maße wirklich eine Einheit ein Geist verschmolzen miteinander sein Geist lebt in mir ich bin ein Tempel das sagt Paulus hier in Vers 20 ihr seid Vers 19 wisst ihr nicht dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört das was für die Ehe gilt schon lange zuallererst für Christus und mich ich gehöre nicht mehr in mir selbst wenn Christus mein Herr mein Heiland mein König ist dann gehöre ich ihm ich kann nicht mehr machen was ich will nein ich will machen was er will das ist ja das Gebet des Heiligen Geistes in mir das sagt dein Wille geschehe ich möchte dir wohlgefällig leben das hat mein Leben so sehr verändert dass der Heilige Geist mich auf diese Spur gebracht hat dass das Erfüllung ist dass das meine schöpfungsgemäße Erfüllung ist dass ich will was er will dass ich tue was er will das segnet mich so reich das ist so wunderbar mit ihm in dieser Liebesgemeinschaft zu leben und wenn ich es nicht tue ja dann wird diese Liebesbeziehung betrübt aber er zieht mich immer wieder und das ist das wunderbare in dieser Liebesgemeinschaft Vergebung ist da Gnade ist da er nimmt mich wieder an er nimmt mich wieder auf wenn ich zurückkehre und sage Herr vergib mir habe diese wunderbare kostbare Liebesgemeinschaft durch meine Sünde durch mein Ego durch mein Fleisch habe ich belastet habe ich ja ich habe vielleicht sogar so sehr das belastet dass es so sich anfühlt dass es zerstört ist aber Jesus ist treu wenn wir auch wenn wir untreu sind er ist da um uns immer wieder anzunehmen aufzunehmen und uns und diese Liebesbeziehung wieder zu erneuern denn ihr seid um einen Preis erkauft worden verherrlicht nun Gott mit einem Leib mit meinem Leben will ich den preisen der mich liebt das ist das hohe Lied wisst ihr dieses gegenseitige Lob preisen diese Freude aneinander und diese Begeisterung wisst ihr es ist für die Frau hier eine Begeisterung mein Geliebter ist mein und ich bin sein das ist Begeisterung mein Jesus ist mein und ich bin sein wie wunderbar ist das wie herrlich wie schön es geht aber noch weiter wisst ihr Geschwister es ist ja nicht so dass ich und mein Jesus also früher hieß es ja irgendwie ich und mein Mecknam irgendwie oder so ich und mein Jesus so das ist es ja nicht Geschwister Jesus lehrt uns zu beten unser Vater im Himmel es ist der Herr unser Herr Jesus Christus wir sind seine Braut wisst ihr und das ist auch noch etwas was was Gott gemacht hat ist dass er sagt das was Gott wirklich von uns will ist Liebe die 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 schriftgelehrten haben ihn ja gefragt was ist das höchste gebot was ist das wichtigste gebot das wichtigste gebot das du den sabbat hältst hat er gesagt nein nein das wichtigste gebot ist dass du immer ordentlich angezogen bist nein hat er nicht gesagt das wichtigste gebot ist liebe Gott von ganzem herzen ganzer seele mit all deiner kraft das hat jesus als erstes gesagt deswegen hat es auch priorität und zu sagen ja Gott das wichtige am christentum ist die nächsten liebe das stimmt nicht das ist ein das ist humanismus das ist sozusagen versuchen das zu zu behalten was einem hier schön vorkommt am christentum aber das was irgendwie schwierig ist der Glaube an Gott und so weiter das abzuschneiden da schneidet man sich von der Quelle ab von aus dem die Nächstenliebe fließt die Liebe zu Gott ist das wichtigste das Erste und du sollst ihm ganz gehören oder von ganzem Herzen ganzer Seele mit all deiner Kraft ganz ihm dich zu eigen geben ja Herr ich bin dein so praktizieren wir es in der Taufe ganz untertauchen sich ganz dem Herrn weihen ihm mein ganzes Leben geben denn er hat sich mir ganz gegeben am Kreuz wie wie war ich da jetzt hingewommen ich habe mich vergaloppiert hier doppelgebot der liebe genau aber Jesus sagt nein es ist eben nicht nur irgendein frommer spinner der irgendwie seinen Nächsten ständig auf den Füßen rumtrampelt weil er nur mit Gott beschäftigt ist und seinem Gott zugefallen und vergisst dass das wohlgefällige Leben vor Gott auch darin besteht in Liebesgemeinschaft mit meinen Mitmenschen zu leben wie Paulus sagt ich bin allen zum Diener geworden nicht nur einer einzelnen Frau sondern allen Menschen bin ich zu Dienern geworden um Christi Willen um Christi Willen um meines Herrn Willen mit dem ich ein Geist bin er befiehlt mir er trägt mir auf als Herr liebe du die Menschen alle tue allen Gutes segne alle diene allen mach keinen Unterschied gib dein Leben hin im Dienst für alle Menschen zuallererst sagt Paulus fängt es an in der Gemeinde Gottes Jesus sagt auch das ist das neue Gebot was ich euch gebe liebt einander wie ich euch geliebt habe warum weil wir alle Glieder eines Leibes sind so sagt Paulus das du bist hineingefügt in eine neue Liebes Gemeinschaft als Bruder und Schwester in der Gemeinde wenn wir das Abendmahl nehmen dann nehmen wir das nicht jeder für sich alleine zu Hause Sondern wir nehmen das jetzt hier heute in großer Runde mal wieder endlich wir nehmen es ja jeden Mittwoch wer Bedarf hat auch in der Woche Abendmahl zu nehmen kann gerne am Mittwoch kommen wir nehmen es heute auch hier und es drückt sich darin nicht nur die Liebe meine persönliche Liebe zu meinem Herrn aus sondern Gott hat es gegeben als etwas wo er sagt Jesus sagt im Abendmahl hier nimmt das teilt es untereinander dieser eine Leib Paulus sagt diese vielen Stückchen Brot das ist ein Brot Leib sozusagen der zerbrochen ist und wir sind dieser Leib das heißt diese Liebe die du zum Herrn hast er hat sich ganz dir hingegeben und du hast dich hoffentlich ihm ganz hingegeben ihr seid ein Geist du aber auch dein Bruder deine Schwester die da hinten sitzt mit dem du im Clinch liegst den du nicht gerne sprichst oder anguckst den du oder die du vielleicht ins irgendwo tief innen wo du ein Groll hast und da wird das mit der Liebe dann auch wieder schwer in der Ehe oder auch in der Gemeinde wenn man dann so eng zusammen lebt auf die Dauer und unser sündiges Fleisch wieder rauskommt und die Sünde reinkommt in unsere Beziehung und Verletzungen anrichtet dann nicht so zu reagieren wie Adam und Eva sich Feigenblätter zu nehmen sich in die Ecke zu stellen sich selbst zu schützen irgendwie die Schuld auf die anderen zu schieben sondern in Wahrhaftigkeit umzukehren zu Jesus zu lernen von Jesus wie kann ich das überwinden in Liebe durch seine Gnade die er mir ja immer wieder schenkt und das sagt vergebt einander so wie Christus euch vergeben hat so wie er euch immer wieder vergibt in dieser Liebesgemeinschaft mit dem Herrn in der du stehst das soll für dich Inspiration sein für deine Ehe das soll für dich Inspiration sein für dein Leben in der Gemeinde so sagt Johannes er sagt er hat sein Leben für uns hingegeben so sind wir jetzt auch schuldig unser Leben für die Geschwister zu geben wisst ihr wenn du jetzt schon ein Problem hast hier mit jedem Einzelnen von dem die hier sitzen eine Liebesgemeinschaft im Abendmahl zu haben wenn du da schon ein Problem hast wie willst du dann wenn es hart auf hart kommt dein Leben einsetzen für deinen Bruder für deine Schwester mit der du noch nicht mal bereit bist das Brot zu teilen in Kelch zu trinken gemeinsam da müssen wir umkehren und Paulus sagt es auch macht es nicht trinkt euch nicht selbst Gericht wenn ihr nicht ein gereinigtes Herz habt gereinigt heißt in diese in diese in diese in diese Haltung hineinzukommen in diese Liebesgemeinschaft hineinzukommen das heißt ich gehöre nicht mehr mir selbst ich gehöre meinem Herrn und ja ich gehöre auch meinen Geschwistern ich soll ein Diener sein meinem Herrn gegenüber und meinen Geschwistern gegenüber ich will ihnen Gutes ich will sie segnen ich will dass es ihnen gut geht dass sie gesegnet sind ich will mich hingeben mich aufreiben für sie für alle nicht nur für die die ich sympathisch finde nicht nur mit denen ich gut Freund bin mit meinen ganzen Geschwistern in diese Liebesgemeinschaft führt uns dieser Gedanke mein Geliebter ist mein wisst ihr mein Geliebter der lebt in allen meinen Geschwistern und ich bin sein mein Geliebter ist mein und ich bin sein guck mal lass uns damit abschließen ich kann noch viel dazu sagen aber ich lasse es jetzt einfach lass uns zum Abschluss ein paar Verse noch hier aus dem Epheser 4 lesen dann wollen wir auch zum Abendmahl übergehen damit es nicht zu lang wird hier Epheser 4 Vers 1 bis 6 lese ich kurz ich ermahne euch nun ich der Gefangene im Herrn sagt Paulus wandelt würdig der Berufung mit der ihr berufen worden seid mit welcher Berufung sind wir berufen zur Liebe sind wir berufen eine Liebe liebesgemeinschaft mit unserem Herrn zu bilden in Treue in Hingabe im Dienst gesegnet durch unseren geliebten Herrn der unser Helfer und unser Retter ist aber auch unseren Geschwistern wir sind berufen zu einer Liebesgemeinschaft so wie es in Apostelgeschichte hat sie waren aber ein Herz und eine Seele und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint das ist ehrlich und aufrichtig gemeint sie waren ein Herz und eine Seele und was war die Folge sie teilten alles miteinander das will Gott dazu sind wir berufen bist du bereit diese Berufung neu anzunehmen dann feier das Abendmahl und bring dein Herz zu Gott dass er dich reinigt und ausrüstest durch die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Berufung zu leben dass wir dieser Berufung würdig wandeln mit aller Demut Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragend befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens und das Band des Friedens in Kolosser 3 steht es die Liebe ein Leib und ein Geist wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung ein Herr ein Glaube eine Taufe ein Gott und Vater aller der über allen und durch alle und in allen ist Amen